Hallo, hier sind Dek Hervoyens, Tommy Ten und Amelie van Tast. Und wir können euch Gaston, alias Flo, sehr gut empfehlen. Gaston hat das richtige Auge, um, sagen wir, das Richtige aus dem Künstler herauszuholen. Und wir schätzen seine Arbeit sehr. Er hat uns von Beginn an begleitet und wir können ihn an dieser Stelle nur weiterempfehlen. Also lieber Gaston, viel Spaß bei deinen Workshops und wir empfehlen allen, kommt zu Gaston, geht nach Bruck und werdet auf jeden Fall einen Schritt weitergehen mit eurer Kunst. Alles Liebe! Vielen Dank!